Sie verkündet die Trennung von Bachelor Nico Grisert. Lange galten Michelle de Roos und Nico Grisert als das Bachelor Traumpärchen. Seitdem teilen sie ihre Liebe öffentlich auf Instagram, bis zuletzt. Doch schon seit einigen Monaten werden regelmäßig Trennungsgerüchte laut. Beide Urlauben getrennt voneinander, tauchen immer seltener auf den Social Media Plattformen des jeweils anderen auf. Bei einer Fragerunde auf Instagram bestätigt Michelle jetzt die räumliche Trennung. Michelle de Roos bestätigt die Trennung. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen. Läutet die ehemals zweitplatzierte Bachelor-Kandidatin das Beziehungsupdate in ihrer Instagram-Story ein. Sie habe sich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen. Diese soll jedoch in der Nähe ihrer alten Wohnung sein. Ob es sich dabei nur um eine räumliche Trennung auf Probe oder das endgültige Liebes aushandelt. Scheint für das ehemalige Bachelor-Paar jedoch noch ungewiss. Wir beide wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden werden, beschreibt die 29-Jährige die Situation. Beide hätten noch einige Dinge, die sie zunächst miteinander klären müssten. Gemeinsam wollen Michelle und Nico die beste Lösung finden.